Wenn du abbrechen willst, brechen wir ab. Ja. In diesem Video seht ihr eine Dreifach-Premiere meinerseits. Als Anfänger mit der Fliegenroute an einem bis dato von mir unbefischten See, gefilmt mit einer 360-Grad-Kamera. Ein virtuelles Abenteuer. Schwenkt eure Smartphones und Tablets oder zieht die VR-Brille an. Viel Spaß. Für meine Tochter. Den habe ich gesucht. Ich weiß auch nicht, wie der hinkommt. Die Leute nämlich fliegen aus dem Pool, schöpfen, da war der Kescher weg. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Super. Ja, er zeigt. Gleichmäßig einfach mal gleichmäßig drin. Und spitze hoch. Boah hat er auch besser. Ich glaube, es ist ein dicker Schwarzbad. Kannst du bitte die Kamera halten? Das sind also keine Karpfen. Doch, das sagen wir vielleicht schon. Denk mich im Arsch. Also hier gibt es die Schwarzbad. Das ist mein erster, das ist der lustige Fisch. Knapper Hufziger würde ich sagen. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Kamera, meine Karte, meine Töschung. Ich habe die Karte, meine Töschung. Ich habe die Karte. Aus diesem Grund habe ich mir eigentlich die Rote gekauft, die können zur Plage werden, aber hier gibt es derart viele Schweißbarsche drin, da muss man mir, glaube ich, keine Sorge machen. So, komm, den lassen wir schon, der ist zu klein. Unter anderem für diese Tilapias bzw. Mosambik-Bunt-Barsche hatte ich mir das Fliegenroutenset zugelegt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.